Einen wunderschönen guten Tag, finde ich euch schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind hier mit dem nächsten Video zur Free Agency. Ich hoffe auch diesmal, oder dass ich diesmal direkt hinkriege, den Titel Free Agency zu nennen und nicht erst wieder irgendwas mit Draft drin stehen habe. Ein paar Leute, oder ich glaube, viele Leute haben es gesehen, dann habe ich es ändern können. Aber im Nachhinein auch witzig, wie viele Leute es gesehen haben, weil ich glaube, ich habe es sechs Minuten nach Upload oder sowas geändert, aber whatever passiert. Wir sind heute hier mit der NFC West. Ich habe letztes Mal gefragt, welche Division ich angucken soll. Und ich habe verschiedene Antworten gekriegt. Und einer hat geschrieben, bitte nur nicht wieder die NFC West zuletzt, wie so oft in letzter Zeit. Ist mir nicht aufgefallen, dass ich das häufig gemacht habe. Ich hätte immer noch gedacht, ich habe am häufigsten meine normale Reihenfolge, wo ich bei der NFC North rauskomme am Ende. Aber wenn das so war in letzter Zeit, dann habe ich gedacht, mache ich die NFC West heute direkt. Wenn ihr neu seid, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr abonniert. Wenn es euch nicht gefällt, nach ein paar Tagen könnt ihr es einfach wieder zurücknehmen. Das kostet sowieso überhaupt nichts, also kein Risiko für euch. Und wenn es euch gefällt, helft es dem Kanal. Gut, wir fangen an mit den Rams. Denkt dran, wenn ich jemanden vergessen habe oder wenn ihr denkt, dass ich jemanden vergessen habe, dann kommentiert das gerne. Kann natürlich auch immer sein, dass ich Leute absichtlich rausgelassen habe. Ich nenne ja nicht alle, sondern immer nur so die meiner Meinung nach Einflussreichsten von denen, die es gibt. Genau, deswegen. Es kann sein, dass ich wen vergessen habe. Kann sein, dass ich die absichtlich rauslasse. Wenn sie euch fehlen im Video, lasst es mich gerne wissen. Abgänge bei den Rams, das ist Matt Gay auf Kicker, der ist weg. Safety Nick Scott ist weg. Quarterback Backer Mayfield ist weg. Wie sehr das wirklich wehtut, ist halt so eine Frage, weil der wäre halt ein sehr guter Backup-Quarterback gewesen. Aber jetzt ist ja Matthew Stafford vermutlich wieder fit. Deswegen rechne ich ihn einfach mal auch als Backup-Quarterback-Abgang. Defensive Tackle Greg Gaines ist weg. Und dann natürlich irgendwo noch Jaden Ramsey. Aber das ist halt so ein Ding, ich habe letztes Mal extra gesagt, ja, ich nehme Trades nicht mit rein. Was halt irgendwie nichts mit Free Agency zu tun hat, aber natürlich doch mit Roster-Building in der gleichen Zeit. Deswegen, wirklich wen gehalten haben sie nicht. Halt Coleman Shelton haben sie gehalten, Interior O-Liner und dann Acquisition, also neu dazugekriegt. Eigentlich auch nicht wirklich jemanden. Halt auch wieder in dem Trade mit Jaden Ramsey in Hunter Long. Aber das ist halt auch nicht so von Bedeutung, ohne ihm jetzt auf die Füße treten zu wollen. Weil er garantiert mal ein Video guckt, der gute Hunter. Aber dann gucken wir uns jetzt nochmal die Liste an mit Spielern, die theoretisch noch Free Agents sind von den Rams. Die noch nicht irgendwo gesigned haben. Und ihr seht, da sind noch dicke Namen mit drauf. Ayshon Robinson war, glaube ich, auch schon wieder so eine Sache, wo ich mir denke, ich bin relativ sicher, dass er schon irgendwo ist. Vielleicht ist es bei SpotRack noch nicht drin, aber whatever. Also denkt dran, wir gehen nach SpotRack. Wenn hier Fehler drin sind, dann beschwert euch bei SpotRack nicht bei mir. Leonard Floyd zum Beispiel, Bobby Wagner, das sind halt auch theoretisch noch Abgänge. Und ich gehe davon aus, dass von der Liste hier niemand wirklich gehalten wird, der sehr von Bedeutung ist. Ich könnte mir vorstellen, dass Bryce Perkins zum Beispiel zurückkommt am Ende. Ist es wirklich erwähnenswert? Nicht so wirklich. Stand jetzt. Auch wenn ich denke, der ist ein bisschen underrated. Aber trotzdem natürlich nur mittleres bis unteres Ende Backup-Quarterback. So. Ansonsten, ich glaube nicht, dass Oda Beckham zurückkommt. Ich glaube nicht, dass ein Taylor Rapp zurückkommt. Ich glaube nicht, dass Troy Hill kommt. Ayshon Robinson, Bobby Wagner, Leonard Floyd. Ich glaube, das ist einfach wirklich alles zu teuer für die Rams zur Zeit. Und die haben dafür nicht so wirklich das Geld. Insgesamt habe ich den Rams eine 4 gegeben. Es ist für mich, es hätte deutlich eine schlechtere Note sein können. Denn wenn man sich nur anguckt, wer geht und wer nicht kommt sozusagen, dann verliehen die natürlich unglaublich Talent. Aber irgendwann muss das passieren. So, die können einfach mit der Geldsituation, die sie zur Zeit haben, nicht viel machen. Und dementsprechend habe ich gesagt, ja, es ist nicht ideal. Es ist keine gute Free Agency. Die verlieren unglaublich Talent. Es ist gleichzeitig kein besonders junger Roster. Also, die sind so komplett irgendwo im Nirgendwo, wo du eigentlich nicht sein willst als Team. Natürlich zugegebenermaßen, vor ein paar Jahren haben sie einen Super Bowl gewonnen. Deswegen war es das vermutlich wert. Aber den Umständen entsprechend ist es trotzdem noch eine 4 und jetzt keine 5 oder 6 oder so. Einfach, weil ihnen ein bisschen die Hände gebunden sind. Wir gucken uns als nächstes die Seahawks an. Haben auch ein paar Abgänge. Zwei Running Backs mit Travis Homer und Rashard Penny. Bei beiden natürlich so ein kleines Sternchen mit dran. Denn Travis Homer ist eigentlich mehr ein Special Team als wirklich ein Running Back. Trotzdem wertvoll, aber weniger wertvoll. Und Rashard Penny, wenn er mal fit ist, kann er immer noch ein sehr, sehr guter Running Back sein. Aber er ist halt wirklich nie wirklich fit gewesen eine längere Zeit am Stück in der NFL. Deswegen auch da der Abgang so ein bisschen, ja, ist schade, aber er ist verkraftbar auf jeden Fall. Cody Barton geht weg, Linebacker. Dann Defensive End, LJ Collier geht weg. Hoher Pick gewesen, nie so wirklich funktioniert. Marquise Goodwin, Jonathan Abram und dann theoretisch noch Austin Blythe. Aber da bin ich jetzt auch wieder nicht sicher. Retirement zähle ich das rein? Zähle ich das nicht rein? Deswegen nenne ich euch das und habe es mir in Klammern so aufgeschrieben. Und nicht wirklich mit berücksichtigt bei der Free Agency. Resigned aus den eigenen Reihen haben sie eigentlich in der Free Agency nur Drew Locke. Das ist jetzt nämlich die nächste Sache. Wenn wir nur nach Free Agency gehen, sollte ich da theoretisch jetzt den Geno Smith nicht nennen, weil der vorher schon verlängert wurde. Aber eigentlich ist es natürlich trotzdem so, also sie haben Geno Smith behalten, sie haben Drew Locke behalten, also beide Quarterbacks, zusätzlich noch Ryan Neal getendert. Finde ich auch wichtig. Neu dazugekommen, das erste, glaube ich, Team, ich weiß gar nicht, ob wir letzte Woche, also in der letzten Ausgabe eins hatten, was wirklich Jaller gemacht hat. Aber hier, Draymond Jones ist neu dazugekommen. Dicken Vertrag gekriegt, Defensive Tackle, beziehungsweise D-Liner. Dann Safety Julian Love. Ist jetzt nicht unbedingt der, der allerkrasseste Safety auf dem Feld, sage ich mal. Ist auch nicht schlecht, keine Frage. Aber der bringt auf jeden Fall krasse Führungsqualitäten mit, sage ich mal. Und das ist sehr, sehr gut. Jaron Reed ist noch dazugekommen auf Defensive End. Dann Linebacker Devin Bush, der auch nicht so funktioniert hat, wie man sich das erhofft hatte in Pittsburgh. Jetzt vielleicht Tapetenwechsel, vielleicht schöpft er jetzt sein Potenzial aus. Und dann noch Offensive Guard Evan Brown, der die letzten Jahre gefühlt so dieser Backup für alles in der O-Line war bei den Lions und auch einen sehr guten Job gemacht hat. Also, wir gucken uns natürlich trotzdem nochmal die Liste an mit Leuten von den Seahawks, die noch nicht woanders unterschrieben haben. Das ist Gabe Jackson, Shelby Harris, bla bla bla. Wenn ich mir aussuchen könnte, wen man wiederholt von der Liste. Ich glaube, Puna Ford würde ich gerne wiederholen als Seahawks, Front Office, was auch immer. Und ansonsten wird es schon ein bisschen dünn. Ben Burr-Kirvan, boah, Ben Burr-Kirvan, könnte ich mir vorstellen, dass man den vielleicht wiederholt. Aber bei allen anderen denke ich so, okay, dann sind sie weg. Also insgesamt denke ich bei allen das so. Shelby Harris hätte einen Vorteil, aber hat man eigentlich geupgradet. Wie gesagt, Puna Ford würde ich wirklich sagen gerne. Und beim Rest ist so, wenn es sein muss. Gabe Jackson zum Beispiel, da wurde ja sogar gecuttet. Also es ist halt relativ unwahrscheinlich, dass der wiederkommt. Auch wenn wir das natürlich auch schon gesehen haben, selbst in dieser Free Agency schon. Ich gebe den Seahawks insgesamt ein 1-. Ist meiner Meinung nach fast eine perfekte Free Agency gewesen für die bisher. Gerade die Jaron Reed und Draymond Jones Signings finde ich sehr krass. Devin Bush, so eine Signings mag ich auch. Früher oder hohe Picks, die irgendwo anders nicht funktioniert haben. Denn manchmal ist es wirklich so, die wechselnde Scheme, die wechselnde Team, die haben auf einmal nicht mehr so den Druck von den Fans. Weil sie nicht als First-Round-Pick kommen, für den man extra hoch getradet hat. Sondern halt als verhältnismäßig günstiger Free Agent. Und manchmal explodieren die dann. Und manchmal können die dann ein ganzes Potenzial ausschöpfen. Deswegen denke ich, das ist ein gutes Signing. Ich weiß nicht, ob man unbedingt Evan Brown für eine Starting-Rolle einplanen sollte. Aber selbst wenn nicht extrem schlecht. Also ja, das Einzige, was dieses kleine Minus ausmacht an der 1, ist, ich hätte mir gewünscht, dass sie vielleicht ein bisschen aktiver sind auf dem Edge-Markt. Aber um fair zu sein, haben sie auch noch einen sehr hohen Pick, mit dem man immer noch einen guten Edge-Spieler holen kann. Und auch noch einen zweiten First-Round-Pick. Wenn mit einem von den beiden Picks oder vielleicht zur Not sogar mit beiden ein Edge-Spieler kommt, bin ich zufrieden. Und dann würde ich vermutlich retrospektiv auch das Minus noch wegnehmen von der 1. Ah ne, ich hab vergessen, ich bin Seahawks-Hater. Shit. Drei Minus. So, nächstes Team. Sehr, sehr viel Bewegung. Wir haben die Cardinals. Erstmal verlieren die schon gut was. Rodney Hudson, JJ Watt, beides diese Retirement-Spieler. Weiß ich nicht, ob ich die reinzählen soll. Habe ich am Ende nicht wirklich mit bewertet. Aber ich wollte es euch trotzdem nennen noch. Verlieren Byron Murphy auf Cornerback, Zach Allen auf Defensive End. Beide auch relativ gute Verträge gekriegt. Und Wide Receiver Chosen Anderson, formerly known as Robbie Anderson. Hat seinen Namen geändert, also es ist der gleiche. Jetzt heißt er Chosen Anderson. So, re-signed aus den eigenen Reihen haben sie Matt Prater auf Kicker. Dann Guard Will Hernandez zum Beispiel. Calvin Beecham auf Offensive Tackle. Und dann Running Back Corey Clement noch. Und Cornerback Antonio Hamilton. Also mehr, gerade die letzten nicht genauer, mehr so Depth-Leute. Aber trotzdem wichtige Pieces auf jeden Fall aus den eigenen Reihen. Da haben schon eine Priorität gesetzt, Leute aus den eigenen Reihen zu behalten. Neu dazugekommen ist einmal Linebacker Kayser White. Dann Offensive Guard Yalte Froholt. Und Wide Receiver Zach Paschal. Das sind alles welche, die unter Umständen, oder was heißt unter Umständen, die geplant starten sollten, denke ich. Du hast allerdings, wenn wir uns das mal angucken, eine extrem große Liste. Hier Robbie Anderson habe ich eben schon genannt. Ich weiß nicht, wieso der hier überhaupt noch als Robbie Anderson drin steht. Das ist eine Frechheit. Weil, den haben sie gecuttet, deswegen steht er hier noch drauf auf der Liste. Aber deswegen habe ich den schon als Abgang genannt, weil es halt sehr unwahrscheinlich ist, dass er noch zurückkommt. So, Justin Pugh, Marcus Golden, San González. Ich glaube, San González wurde sogar irgendwo gesigned und getraded. Ganz, ganz komisch. Ich bin sehr durcheinander zur Zeit. Ansonsten, hier sind sehr, sehr viele Leute drauf. Viele von denen, ich denke, man könnte sich vielleicht anstrengen, sie wiederzuholen. Max Williams auf Tight End könnte passieren. Carmo Grugia Hill könnte passieren, dass man ihn wiederholt. Billy Price könnte passieren. Max Sorley könnte passieren. Ich glaube, das waren wir eher nicht. Aber das sieht erstmal sehr viel aus. Aber es ist trotzdem nicht so kritisch, wie es auf den ersten Blick aussieht, sage ich mal. Ich bin insgesamt gar nicht ganz so low auf dem, was die Cardinals gemacht haben. Ich habe viele Leute gesehen, die denen eine relativ schlechte Note geben. Oder wie gesagt, ich habe mir keine Noten angeguckt. Aber viele Leute, wie sage ich das, gesehen, die sehr negativ über die Free Agency geredet haben auf Twitter. Mensch, kann ich reden, es ist zu früh heute für mich. Es ist 13.34 Uhr, da nehme ich normalerweise keine Videos auf. Die auf Twitter sich sehr negativ äußern zur Free Agency von den Cardinals. So, bin ich ehrlich gesagt gar nicht so dabei. Byron Murphy verlieren tut weh. Das steht fest. Aber sehr gute Cornerback-Klasse dieses Jahr im Draft. Also wenn du einen Cornerback verlierst, dann gerne dieses Jahr. Zach Allen hätte man natürlich auch gerne behalten. Aber der hat einen sehr dicken Vertrag gekriegt. Vielleicht ein bisschen zu dicken Vertrag. Da nicht auf Teufel komm raus mitgehen zu wollen, ist an sich clever, glaube ich. Und Kayser White, Chate Froholt, Zach Paschal, wie gesagt, sind alles welche, die starten können. Und die nächste Sache, weswegen ich eigentlich ganz happy bin, ich gebe denen insgesamt eine zwei Minus, kann ich euch schon mal sagen, ist, du hast einen neuen Coaching-Staff. Und ich bin persönlich nicht der allergrößte Fan davon, gerade wenn ein Team jetzt letztes Jahr nicht so wirklich erfolgreich war, was in den allermeisten Fällen, wenn man einen neuen Coaching-Staff hat, natürlich der Fall ist, dass im Jahr vorher das Team nicht so krass war. Bin ich nicht ein riesengroßer Fan davon, direkt im ersten Jahr, bevor man den Roster überhaupt firsthand erlebt hat, bevor man die im Training gesehen hat und sowas, komplett auf den Kopf zu stellen. Es ist ein NFL, da ist natürlich sowieso immer super viel Bewegung in den Roster drin, aber ich mag es, das ein bisschen langsamer angehen zu lassen. Wenn du jetzt nicht halt super viel Geld für Zach Allen investierst zum Beispiel, weil neuer Coaching-Staff, die kennen den nicht. So, ähm, ja, ich weiß, Front-Office-Leute sind noch da und so weiter, aber insgesamt glaube ich, das ist trotzdem ein cleverer Plan, um dann vielleicht im nächsten Jahr wirklich die Leute reinzuholen, die man braucht. Karten jetzt, wie gesagt, kriegen von mir eine zwei Minus. Wir sind bei den 49ers angekommen und da ist auch relativ viel passiert. Das ist das erste Team, wo ich eine zweite Reihe aufmachen musste. Ich habe so einen kleinen Bildschirm, wo meine Notizen drauf sind, oder nicht einen kleinen Bildschirm, aber ein kleines Fenster auf meinem Bildschirm. Das erste Team, wo ich eine zweite Reihe aufmachen musste für Abgänge oder Neuzugänge und das ist bei Abgängen. Also, 49ers verlieren Offensive Tackle Mike McGlinche, die hat natürlich einen super dicken Vertrag gekriegt. Haben wir vorher schon drüber geredet, dass die 49ers sich darauf vorbereiten, ihn höchstwahrscheinlich zu verlieren. Quarterback Jimmy Garoppelos weg, Defensive End Samson, Ebu Kam, Defensive End Charles O'Mannehu sind weg. Dann Safety Jimmy Ward, Cornerback Emmanuel Mosley, also nochmal zwei DBs. Linebacker Aziz Al-Shahir ist weg, das tut weh auf jeden Fall. Defensive Tackle Hassan Ridgeway ist weg, auch das könnte wehtun. Aus den eigenen Reihen resigned Interior O-Liner Jake Brandl, kann Center spielen wertvoll und Safety Taysha und Gibson auch da. Hätte man vielleicht Jimmy Ward lieber, aber ist halt alles Geld und Verhandlungsbasis und so. Wichtig auf jeden Fall, dass sie einen von beiden gehalten haben. Wenn sie beide verloren hätten, wäre es nochmal sehr, 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 sehr kritisch gewesen. Neu dazugekommen, Javon Hargrave war einer von den dicken Fischen auf dem Markt in der Free Agency, einer der besten Free Agents auf dem Markt. Und den in diese D-Line zu packen von den 49ers, das ist schon sehr, sehr, sehr brutal. Also die D-Line qualitativ, zumindest von den Startern her, vermutlich einen Ticken besser geworden, selbst mit den Abgängen von Ridgeway, Ebu Kam und O'Mannehu. Weil das waren ja alle jetzt nicht so die Starspieler, sag ich mal. Javon Hargrave, wenn er anknüpfen kann an das, was er letztes Jahr gemacht hat, auf jeden Fall sehr gutes Signing. Cornerback Isaiah Oliver habe ich auch schon ein paar 49ers-Leute gesehen, die sich da sehr drüber gefreut haben. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, Isaiah Oliver ist ein besserer Cornerback als Emmanuel Mosley. Hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun gehabt, dass Emmanuel Mosley sich verletzt hat. Auch wenn auf der anderen Seite das den Vertrag wieder ein bisschen runtergezogen hat. Also I don't know, ob ich da vielleicht lieber was anderes gemacht hätte. Quarterback Sam Darnold. Und das ist natürlich das, was uns alle verwirrt hat. Ich habe schon überlegt, ob ich da ein extra Video zu mache. Könnt ihr mich auch gerne wissen lassen, wenn ihr das haben wollt. Ich nehme nicht an, dass viele Leute zu dem Zeitpunkt jetzt noch dabei sind und kommentieren und sowas. Aber mal gucken, ob ich da ein extra Video zu mache zu der Quarterback-Situation bei den 49ers. Weil das sehr interessant ist mit Purdy, mit Lance und jetzt kommt noch dazu Darnold. Also super, super interessant. Center John Feliciano haben sie neu geholt und Defensive Ankleinan Farrell. Klilinan Farrell ist ein bisschen die Ausnahme von dem, was ich vorhin gesagt hatte mit Devin Bush. Von wegen irgendwo hoch gedraftet, hat nicht funktioniert. Vielleicht Tapetenwechsel, weil ich den einfach nie so wirklich krass fand. Ich glaube, der wurde sogar Fourth of War gedraftet oder sowas. Das verzerrt dann halt auch ein bisschen immer die Sinne. Der war natürlich trotzdem ein guter Spieler auch in der Draft-Class. Und ich glaube, ich hatte selber irgendwie eine zweite Hälfte, erste Runde Grade auf dem. Aber ja, dem wurde ein bisschen die Karriere kaputt gemacht. Ich hoffe für ihn, dass er jetzt ein bisschen irgendwie frischen Wind kriegt. Und wenn du als Defensive End irgendwo hingehst, um zu versuchen, deine Karriere zu revitalisieren, ich glaube, dann kannst du keinen besseren Spot haben als vor den Niners. Wir gucken mal auf die sehr kurze Liste von Leuten, die theoretisch noch letztes Jahr bei dem vor den Niners Vertrag hatten und jetzt noch nirgendwo gesigned hatten. Robbie Gould, Kerry Heider, Tyler Croft, Maurice Hurst, Josh Johnson und Jason Verrett. Jason Verrett übrigens auch. So traurig. Wenn ihr Jason Verrett nicht kennt, der ist gefühlt immer verletzt und der hat halt auch immer so richtig ärgerliche Sachen. Ich weiß nicht, ob der sich sogar mal die Achilles in die gerissen hat, aber auf jeden Fall mehrfach Kreuzbandriss und sowas. Wenn der fit war, wenn er wirklich fit gespielt hat, war er in Top 3 Corner in der NFL. Der hat so krass viel Talent, das ist unglaublich. Aber nie fit gewesen. Das tut wirklich in der Seele weh. Jedes Mal, wenn ich den Namen irgendwo sehe, dann bin ich so, ach, blöd für den. Aber naja, whatever. Das ist auf jeden Fall schon mal gut, dass das nicht mehr so viele sind. Vor den Niners haben, zumindest in der Bubble, in der ich so unterwegs bin auf Twitter, eigentlich einen relativ positiven Rap gekriegt für die Free Agency. Und auch da muss ich widersprechen. Das läuft nicht so gut, finde ich. Denn, also am Ende gebe ich denen eine 3 Minus. Vielleicht ein bisschen harsch. Ich habe mir auch eine 3 aufgeschrieben, aber jetzt gerade habe ich beschlossen, naja, das ist eine 3 Minus für mich. Denn, ja, Javon Hargrave ist ein sehr guter Neuzugang. Kann man mit Cleland Farrell vielleicht was anfangen? Vermutlich. Würde ich lieber Samson Ibukum haben als Cleland Farrell? Ja. Isaiah Oliver? Weiß ich nicht. Kein großer Fan. Kann sein, dass ich da irgendwas nicht sehe. Ich sage, Jimmy Watt tut weh. Ich sage, Emmanuel Moseley wird wehtun. Aziz Al-Shair wird unglaublich wehtun. McClinchy wird wehtun. Die anderen sind halt so normale Abgänge. Aber ich glaube, du hast wirklich unglaublich viel Talent verloren. Gerade was deine Defense angeht, was deine Back-7 angeht. Und da wird abzuwarten bleiben, ob das gut genug ist. Ich kann mir momentan vorstellen, dass die 49ers Defense, selbst mit dem Javon Hargrave-Signing, einen kleinen Schritt nach hinten macht. Und das ist nicht so geil. Aber deswegen drei Minus. Gut, das war es mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr aber nicht mich freuen, falls ihr den Like da lasst, lasst mich gerne wissen, welche Division ich nächstes Mal machen soll. Ich richte mich da wieder nach den Kommentaren. Gerade natürlich, wenn es ein sehr eindeutiges Ergebnis gibt. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.